Dieses Video bietet eine Einführung zum Thema Terme. Du lernst, was Terme sind, wozu man Variablen braucht und was der Unterschied zu Gleichungen ist. Du wirst Formeln und Aufgaben sehen, die du eigentlich schon lange kennst. Ein Term ist ein sinnvoller Rechenausdruck, der aus Zahlen, Variablen, Rechenzeichen und Klammern bestehen kann. Hier siehst du verschiedene Terme. Dieser Term besteht aus Zahlen, Variablen und einem Rechenzeichen. Die Variable wird auch Platzhalter genannt, da sie den Platz für eine Zahl frei hält. Außerdem wird sie Unbekannte genannt, weil sie in manchen Aufgaben für eine unbekannte Zahl steht. Das Malzeichen zwischen Koeffizient und Variable wird meistens weggelassen. Wenn zwei Terme durch ein Gleichzeichen gleichgesetzt werden, dann spricht man von einer Gleichung. Das Ziel bei einer Gleichung ist meistens, diese zu lösen. Das heißt, man berechnet, wie groß der Wert für die Variable, in diesem Fall das x ist. Terme und Variablen sind nichts Unbekanntes. Hier siehst du Terme, die man zum Berechnen von Umfängen und Flächeninhalten verwendet, die du schon länger kennst. Die Variablen stehen für die Seitenlängen der Flächen. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen.